Hallo, willkommen zur Premiere. Es ist eine große Atmosphäre und wir haben eine schöne Exhibition gemacht, also wir sind sehr, sehr glücklich. So viele Leute, ich meine, es ist wie ein volles Haus. Wir zeigen unseren Film in Berlin und in den resten von Deutschland ist ein großes Privileg für uns und für mich, ich meine, es ist toll zu sein. Wir begannen in Norge, wir gehen in Los Angeles. Los Angeles ist ein bisschen besser als Norge, ich glaube, in einer Weise. Und wir enden das Ding in meinem Lieblingshaus, Berlin. Ich bin überrascht, überrascht, wie der deutsche Publikum immer interessiert in meinen Vater und seine Arbeit. Das warms mein Herz. Ich habe die Absicht, den Ozean zu überqueren. Ich möchte beweisen, dass Peruaner als erste Menschen Polynesien besiedelt haben. Das war's. Ich möchte euch den most warm, most loud und epic round of applause für Espen Zandberg und Joachim Röning. Danke. Danke so much, Leute. Es ist einfach überraschend. Und vielleicht wollen wir sehen, dass die Akte mit clothes auf. Lass uns ein Kontiki auf dem Beats. Vielen Dank. Vielen Dank. Und good night. Es ist ein sehr exotisches und wunderbares Sprecher. Geht raus und leben. Ich bin froh, um zu denken, um größer zu denken. Ich bin wirklich froh, um alle von Ihnen zu sehen, um die Theatern zu sehen. Ja, und wir hoffen, dass wir alle sehen. Es ist ein Film für alle Generationen. Du kannst deine Kinder, deine Eltern und alle bringen. Es ist ein Sprecher für alle.